Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Handelswoche und Börsenwoche. Wichtige Info schon mal, ich habe in Discord nochmal die Monatsstatistik für Mai eingestellt, werde demnächst auch für den Monat Juni noch eine Statistik einstellen. Bisher laufen die Statistiken extrem gut, auch heute wieder. Wir haben heute früh schon ein bisschen getradet und die Statistiken scheinen gerade für den heutigen und morgigen Handelstag ziemlich passend zu sein und werde versuchen, da weiter in die Richtung zu handeln, wenn ich denn einen Einstieg dafür bekomme. Wie ich dann einsteige, ist wieder eine andere Thematik, aber das nur so nebenbei. In dem Video soll es eigentlich um etwas ganz anderes gehen, nämlich es sieht so aus, als könnte die Inflation wirklich zurückkommen. Wieso und weshalb werde ich gleich im Weiteren ein bisschen aufzeigen. Außerdem noch die News der Woche, die an der Börse wieder anstehen nach dem Feiertag. Und dann habe ich noch ein paar Grafiken dabei, zwei Stück, um genau zu sein, die aufzeigen, dass die Wirtschaft eigentlich gar nicht mal so gut ausschaut und wir vielleicht trotzdem noch die Rezession bekommen, die viele aktuell ausblenden und viele denken, dass dieser Kelch an uns vorbeigeht und eben doch nicht so schlimm wird. Schauen wir uns das Ganze einfach mal im Detail jetzt ein bisschen näher an. Zunächst natürlich aber wie immer der Risikoinweis. Alles, was ich hier wieder aufzeige und kundtue, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung oder erst meine Empfehlung. Und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Schauen wir uns wie immer zunächst die News der Woche an. Was gibt es die Woche für News, die man handeln könnte? German CPI natürlich. Das wird morgen sehr, sehr spannend werden. Sollten wir unbedingt angucken, was da rauskommt. Und das ist ja letztendlich auch Thema, was ich hier aufzeigen möchte. Außerdem natürlich dann Donnerstag, der PMI wird bestimmt auch sehr interessant werden. Aus dem CPI noch vom Euroland. Dementsprechend natürlich auch das ICB-Speaking. Und sehr, sehr interessante Taten auf jeden Fall. Dann die Non-Farm-Payrolls in Amerika. Donnerstag, das Donnerstag wird. Wie es ausschaut, auch mit den PMI-Zahlen. So der wichtigste Tag der Woche. Und dann haben wir nochmal die Non-Farm-Payrolls auch am Freitag nochmal hier. Und die Unemployment-Trade wird, denke ich, auch noch ganz interessant werden. Mit Abstand aber dennoch, ja, der Donnerstag, denke ich mal, der wichtigste Tag der Woche für uns. Und hier können wir wahrscheinlich auch die größten an Schwankungen erwarten und auch erhoffen und dementsprechend reagieren und handeln. Das eigentliche Thema von dem Video ist aber, dass ich davon ausgehe, dass die Inflation zurückgehen wird. Und ich habe ja davon, ja, schon mal gesprochen in einem älteren Video. Das ist jetzt schon ein paar Monate alt. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem. Und da habe ich ja auch schon mal anhand der Erzeugerpreise erklärt, dass wir auch im privaten Sektor jetzt endlich mal mit ein bisschen Preisentlastungen rechnen können. Und ich glaube, ich habe damals das Video irgendwo hier um den Dreh gemacht und habe gesagt, naja, es schaut so aus, es hat jetzt, ja, die Erzeugerpreise haben einen Peak erreicht, dürften jetzt nach unten gehen. Und das kann natürlich dann auch auf uns Endkunden eben durchschlagen und dementsprechend die Inflation für uns senken. Und im Moment schaut es auch ganz danach aus, gerade auch, wenn man zum Beispiel an der Strombörse schaut und dass auch die Stromanbieter mittlerweile die Preise wieder deutlich gesenkt haben oder Gasanbieter. Und da findet jetzt eine Entlastung statt und viele Unternehmen werben ja auch mittlerweile damit, selbst Aldi und Lidl und Co. eben, dass sie viele, viele Produkte jetzt den Preis gesenkt haben. Ich weiß, dass viel dann auch Marketinggeschrei oder die Verpackung wird dann kleiner. Aber hier werden wirklich Preisvorteile eben wieder am Endkunden, am Endverbraucher, also an uns alle eben weitergegeben. Und ich denke, dass das noch nicht zu Ende ist, sondern noch weitergehen wird. Ich habe dazu auch eine interessante Grafik mal noch eben in dem letzten Video eben dann veröffentlicht, wo es eben auch um die Inflation ging, wo man wunderbar sah, wenn die Erzeugerpreise zurückgehen, dass eben auch die Inflation für uns Endverbraucher einfach zurückgeht und muss ja auch irgendwo so sein. Man kann es zum Beispiel auch aktuell, ein schönes Beispiel habe ich neulich im Radio gehört, an Fahrrädern bemerken. Ja, also in der Pandemiezeit, da sind ja die Fahrräderpreise förmlich durch die Decke gegangen. Aktuell hat man scheinbar extreme Überkapazitäten geschaffen. Keiner braucht jetzt mehr einen Fahrer. Klar, der Markt ist irgendwann mal gesättigt. So viele neue Fahrräder werden deswegen nicht verkauft. Und deswegen gibt es scheinbar derzeit auf Fahrräder extreme Rabatte von teilweise über 50 Prozent, einfach um die Lager wieder ein bisschen leer zu bekommen und überhaupt die Ware noch an den Mann zu bringen und an die Frau zu bringen. Also es ist ganz extrem, was hier gerade eben abgeht, eben weil man Überkapazitäten zum Teil geschaffen hat. Die Nachfrage ist einfach nicht mehr da. Kein hängt aber auch damit zusammen, weil eben alles so teuer geworden ist. Dann überlegt man sich halt vielleicht zweimal ein Fahrrad für drei, viertausend Euro zu kaufen. Muss das denn sein? So nach dem Motto. Oder geht das alte vielleicht auch noch, das vielleicht noch keinen Elektroantrieb hat. Und da findet gerade wieder so ein Shift statt, so ein bisschen Umdenken. Und das kann man hier eben auch wunderbar in der Grafik sehen. Aber nicht nur die Grafik zeigt uns das, sondern auch M3. Das ist eine Kennzahl, die von der EZB veröffentlicht wird. Ich habe hier einfach mal von der EZB die Zahl M3 genommen. Das ist letztendlich die Geldmenge, die hier geschöpft wird, immer wieder neu dazukommt. Und die Grafik zeige ich auch immer wieder, weil ich die so wahnsinnig wichtig empfinde. Und hier hatten wir das letzte Mal so einen krassen Einbruch von der Geldmengenerzeugung, wenn man so will. Und was danach alles kam, das wissen vielleicht auch die einen oder anderen, die damals schon an der Börse tätig waren. Ein massiver Einbruch bei den Häuserpreisen in Amerika. Damit dann irgendwann mal die Lehman-Pleite und somit einen riesigen Aktienmarkt-Crash. Hier hatten wir wieder das Allergleiche. Das hat, ich glaube, Anfang 2022 sehen wir seitdem den Rückgang von der Geldmenge. Hängt natürlich auch mit der extrem gestiegenen Zinssätzen durch die Zentralbank eben zusammen. Dadurch hat man natürlich die Geldmenge rausgenommen aus dem Markt. Man schafft es jetzt aktuell über andere Wege wieder hinein, das zu nebenbei. Aber nichtsdestotrotz, M3 ist für mich eine ganz wichtige Kennzahl. Und deswegen veröffentlicht man sie ja in Amerika nicht mehr, weil man eben die ein bisschen verschleiern will, die Daten und Zahlen und Fakten. In Europa bekommen wir eben diese Zahlen noch. Und hier sieht man diesen krassen extremen Rücklauf. Und das wird auch weitreichende Folgen haben. Erstens mal auf die Inflation, aber zweitens auch vermutlich eben auch auf dem Aktienmarkt oder sonstige Assets. Und das werden wir noch alles sehen. Denn hier wird es dann interessant, wie weit das zurückgeht und wann die EZB letztendlich wieder reagieren wird. Und noch krasser neues Geld schöpft, wie es ohnehin immer noch natürlich passiert. Dass wir aktuell auf einem extrem hohen Niveau liegen, was den Aktienmarkt betrifft, möchte ich hier am KGV zeigen. Das ist Schiller KGV. Die Grafik habe ich eben erstellt. Und hier möchte ich einfach mal aufzeigen, also immer, wenn wir so krasse Werte von um die 40 oder über 40 erreicht haben, war das in der Vergangenheit so, dass der Aktienmarkt extrem teuer war. Und im Anschluss gab es dann größere Crashers oder Korrekturen. Und ich möchte damit einfach nur aufzeigen, dass der Aktienmarkt im Verhältnis zu seinen Gewinnen aktuell an einem extrem teuren Niveau immer noch rangiert, obwohl wir natürlich schon eine Korrektur gesehen haben und obwohl es eben schon zurückging. Und dass das jedem einfach mal klar ist. Wir sind historisch betrachtet einfach trotzdem gerade in einem absolut krassen Niveau von den Bewertungsmodellen her, wenn man das mit der Vergangenheit eben vergleicht. Und Aktien sind einfach historisch betrachtet extrem teuer. Das ist einfach Fakt. Alleine, wenn ich mir diese Grafik anschaue, ist das so. Es gibt natürlich Perlen am Aktienmarkt, die sind vielleicht günstiger oder sogar unterbewertet. Aber die Masse, wenn man es eben auf die Indizes berechnet, deutet es einfach auf extrem teure Werte hin. Und die Indizes, wie wir ja wissen, werden ja meistens nur von einer Handvoll großer Unternehmen überhaupt noch gepusht und nach oben gefördert. Das bedeutet, die Masse der Aktien kann vielleicht sogar relativ günstig sein. Aber die Handvoll extrem bewerteter Unternehmen, sowas wie zum Beispiel Google oder Apple, die sind historisch betrachtet einfach extrem teuer. Jetzt kann man sagen, gut, ist eine Ausnahme. Sowas hat es noch nie gegeben. Technik und Internet und Technologie haben es ermöglicht, dass Unternehmen so krass wachsen können, dass sie so groß werden können. Und deswegen sind die Werte fair. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ich gehe davon aus, dass das trotzdem nicht fair ist und sage, dass der Aktienmarkt nach wie vor sehr teuer ist im Verhältnis. Ich glaube immer noch an eine Rezession auf der Welt, nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt. Aber in Deutschland wird es besonders krass zuschlagen. Warum? Weil wir einfach einen Überschuss an Inkompetenz haben in sehr vielen Bereichen. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen an der Stelle. Und hier habe ich deswegen mal eine interessante Grafik mitgebracht. Das ist das sogenannte PMI, also der Einkaufsmanager-Index oder Manufacturing-Index, je nachdem, wie man eben benennen will. Und in blau dargestellt ist einfach mal für Deutschland und in schwarz dargestellt für Amerika oder halt USA. Und immer wenn dieser Index eigentlich unter 55 notiert, sagen wir mal großzügigerweise unter 50 notiert, dann ist eigentlich die Welt, befindet sich dann in einer Rezession, beziehungsweise es deutet eben darauf hin, dass wirtschaftlich irgendwas ganz, ganz im Argen liegt und wir Riesenprobleme haben. Wir sehen, dass sowohl für USA als auch eben Deutschland dieser Index eindeutig klar unter 55, aber natürlich auch heftig unter 50 liegt. Und somit ist dieser Markt für mich oder dieser Indikator zeigt mir eigentlich Rezession an, beziehungsweise große, große Probleme in der Wirtschaft, in der Realwirtschaft. Und aktuell wird es von den Märkten eiskalt ignoriert und auch so, wenn man die Medienlandschaft so ein bisschen betrachtet, wird es einfach wegignoriert, was in der Wirtschaft aktuell passiert, dass viele Firmen gerade pleite gehen, dicht machen, manche eben wirklich wegen Strom auch dicht machen. Erst wieder neulich eine Geschichte gehört von einem Unternehmer, der, ich glaube, hat zehn Leute angestellt gehabt, der wirklich seine Firma schließt, weil er sagt, das ist ein Unding, was hier in Deutschland abläuft mit den Strompreisen. Ich kann mir das nicht mehr leisten. Das ist unmöglich, wenn ich das im Vergleich zum Ausland anschaue, wo wir Centbeträge für Strom bezahlen, zum Teil sieben Cent oder noch weniger und wir hier mit 40 Cent rumwurschteln. Man kann da einfach nicht mehr wertbewerbsfähig bleiben. Außerdem der krasse Bürokratiekopf, der mittlerweile entstanden ist. Er hat es so schön erklärt, er braucht für seine zehn Leute, die er da angestellt hat. Er muss für alles mögliche Scheine haben, unterschiedliche Ausbildungen, auch die Leute müssen unterschiedliche Ausbildungen haben, um überhaupt den Betrieb offen halten zu dürfen. Und ihm reicht es jetzt, er hat keinen Bock mehr auf den ganzen Bürokratiemist in Deutschland und macht damit einfach seine Firma dicht. Und das wird immer häufiger jetzt passieren. Und viel mehr Firmen werden immer weiter in Schieflage geraten, gerade weil man auch gerade in der Baubranche, in der Bauwirtschaft eben sieht, dass da immer dunklere Wolken eben aufziehen. Ich hätte jetzt noch eine weitere Grafik eben mitbringen können, zum Beispiel der Häuserpreisindex, sehr für Deutschland, für USA, der ist extrem eingebrochen. Und im Moment baut keiner mehr aufgrund der hohen Zinsen. Die Kredite sind einfach so teuer geworden. Dann auch natürlich die Preise dazu, die sind immer noch extrem hoch. Und hier muss einfach eine Bereinigung erst stattfinden. Und deswegen glaube ich, dass wir erst vor einem großen Knall stehen und wir eigentlich noch gar nicht wirklich mittendrin sind. Und das möchte ich einfach mal mit dem Video mal ein bisschen wieder ausdrücken. Aber vor allem eben darauf hinweisen, dass ich mir deutlich oder gut vorstellen könnte, dass wir aktuell bei der Inflation eben wirklich einen Peak gesehen haben, eben schon vor ein paar Monaten und die Preise weiter fallen werden. Das heißt, wer demnächst irgendwas kaufen möchte, sollte vielleicht ein bisschen noch warten. Ich denke, das wird alle Bereiche betreffen mit dem Rücklauf der Inflation und egal, ob das Handy ist, Auto, Fahrräder, was auch immer. Ich denke, das wird noch weiter zurückgehen. Das war es erst mal wieder mit dem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich denke, die Woche wird noch eins folgen, vermutlich zu den Edelmetallen oder Aktienmärkten noch. Und bis zum nächsten Video.